ach stimmt ja ich wollte eine schule herstellen das war ja das was ich beim letzten mal gemacht solche 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 runen runen das 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 ist schon mal ein reiches mal dabei auch mal noch jetzt brauchen wir sowieso jetzt gerade noch mal ich brauche halt die aber die frage ist, soll ich erstmal vielleicht die hier stellen? genau die war das nämlich auch freunde ich komme ich bring dir wieder holz spring dir holz 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 ich bin der holzmann es gibt übrigens eine orchidee kannst du im nether pflanzen und dann mit das mit netherrack dann erd zu machen lol voll die cheater pflanze also können wir halt auch ähm quarts quarts, ardeit, kobalt ardeit, kobalt kriegen dass wir vielleicht daraus später noch waffen machen mhm könnte man machen in der hölle kommt da auch noch eine plattform das weiß ich da, das muss das ist das warum ich die wollte die ganzen rune herstellen das reicht mir zum holz hör mal lily das ist hitze mhm das ding brauchen wir später um den gaia zu berufen aber das bringt jetzt noch nichts das ist der persönliche tod dann naja stimmt das ist dein eigenes ich so ne nein nicht das meine ich aber du kannst gleich dann von der plattform springen so schnell wie du stirbst bei dem oh das ist wahr wenn du halt noch nicht richtig ausgerüstet bist todesurteil mhm aber ich glaub wenn du damit fertig bist und nicht mit vm kaffee bin dann ist das easy mhm zudem vm kaffee wird ewig lange dauern vielleicht ist das ne das halt immer wieder viel zu lange her ist wenn du nicht mal weißt was du machen würdest genau ach katsch kommst denn da rauf hä kommst denn da rauf keine ahnung doch das klemmenbrett eigentlich ja ne klemmenbrett clipboard und ich glaub das war videocraft ne mhm dass ich mir vielleicht das mal her stelle und dann wies ich mal mit titzen reinschreibe oh titzen mhm ähm die blöcke darunter entferne auch clipboard ich bin gleich wieder da warum und tschau und ist er wieder weg gut dann machen wir so lange die plattform hier fertig ich würde sagen dass wir die wiki bis da oben hin ziehen dann kommt noch ein gang nach da unten hin und ein fleisch eventuell zu fahren wenn Cento sagt ja aber da er ja gerade nicht ja sagen kann wäre mir das auch ein bisschen falsch wenn er irgendwas da machen wollte da 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 denn ich würde eine sache machen das war das hohlraum dazwischen im gang wenn wir den gang hier hochziehen aber hier drin hohlraum lassen in den dreier da 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 wolltest von den tieren links und rechts noch was machen weil sonst würde ich nämlich den gang der nach oben geht eventuell bisschen weiter nach oben ziehen und von da aus noch dass man zum lager gehen kann dass du auch eine abkürzung hast an der stelle ich habe ich kann ja hier drüber laufen sondern kann ich eine abkürzung von da drüber nehmen oder kann auch noch direkt nach unten gehen der block muss weg der auch Achso. Hatte ich ja hier getan. Denn ich lasse nämlich in dem Gang, da darf man auch nicht buddeln, ähm, was offen. Okay. Nämlich den Gang könnte man zur Nut Kabel legen oder so ein Scheiß. Na, wir müssen jetzt noch die Reihe bauen oder noch. Oh, hier ist gut. Baut zu lange. Zack. Und alle Reihen müssen wir dann auch noch machen. So. Das ist dein. Dein. Dann hab ich einen Clip-Bot gebaut. Die Reihe steht fest, ist klar. Sag jetzt, wo klatsche ich mir das hin? Also nicht. Guck mal, du kannst das locker so. Aha. Mach ich da rein. Mach das eben. Den Rest per Hand. Der hat doch noch genug Holz dringend gehabt, wo war der nicht fertig? Der Freund, der hier, der faggot. Oh. Da kann man doch nicht draufklicken, okay? Leck mich, es wird dunkel. Nee. Okay. Aber jetzt ist es noch nicht ganz dunkel. Jetzt hat er gleich noch ein paar Blöcke gesetzt. Ja. Ähm. Bohnen. Oh. Natürlich auch lustig. Kein Stick mehr gleich. Alles klar, ich muss zurück. Achso, weißt du das eigentlich oben auf den Turmspitzen ist? Nee. Die letzten Wettstone Block auf den größeren. Ich hatte Langeweile. Hab ja genug Wettstone gehabt. Okay. Hey. 10.000. 10.000 in. 24. In 33 Stunden. Ich geh schlafen. Hopp. Lieg schon. Und wenn das Feld natürlich größer ist und die, dann wärs natürlich was anderes, aber sonst, ach mein Gott. Ich will wie man es denn noch übertreiben. Ja. Ja. Sie brauchen auch noch zwei Wettstone. Mh, hab ich das so echt nicht. Zack. Kann ich das halt nur abnehmen. Zack. Das ist doof. Können wir schon mal Stein mit? Plattform für Agri-Craft. Plattform für Agri-Craft? Achso. Für deine da. Ja. Ah, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab das jetzt nicht mitgenommen. Eins. Kommt hier nur noch Holz hin? Ne, das muss noch eine A hier hoch. Klar. Das muss die Reihe noch haben. Ach, das ist doof. Ne. Oh, hier war Portal. Plattform. Boah. Ich weiß nicht, wie ich frage, wenn man im Neta das gleiche macht, ein Portal-Switch. Und zwar, wenn wir im Neta sagen, okay, wir gehen zwei Stacks in eine Richtung, setzen dann wieder ein Portal und dann wieder eine Insel erschaffen wird. Also ein Portal. Ja. Ja, voll lustig. Aber ich glaube ja nicht. Ja, das wird zumindest ein Portal, muss erschaffen werden, weil du kannst ja, glaube ich, irgendwie musst du zwei Stacks gehen, damit in der Oberwelt 1.000 Blöcke weg sind. Hm. Das haben wir ja bei Life in the Woods auch gemacht. Da bin ich glaube auch zwei Stacks in diese Richtung gegangen immer. Ja, Life in the Woods. Ja, aber müsste das hier nicht auch funktionieren? Aber das würde dann Sky in the Woods halten. Naja, aber Sky... Ja, aber auch mal ein Name für ein Boardpack, ne? Sky in the Woods. Sky in the Woods. Ach, schaffe deinen eigenen Wald. In der Luft. In der Luft. Das wird natürlich auch voll lustig werden. Hm. Extrem lustig. Aber jetzt weiß ich auch, wie man den Knapppack funktioniert oder wie man den benutzt. Hm. Apropos. Ich habe jetzt auch... Welche Taste? Knack... 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 Ich weiß nicht mal, was das für eine Taste ist bei mir. Knack... Knack... Ne, das ist keine Taste. Das ist halt ganz normal übers Inventar, dass du reinguckst. Ich dachte mir letzter schon... G und oben dann die Leiste. G und oben dann die Leiste. Dass ich da Sachen hin tun kann. Also haben wir jetzt dementsprechend doch Bags. Ja gut. Aber nicht den besten. Aber... Mein Gott. Das habe ich... Nur mitgekriegt. Weil... Karscrafter sich das gemacht hat. Okay. Ja. 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 Ja mein Gott. Man kann es immer gebrauchen. Ja. 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 1, 2, 3... So Runen herstellen. Weicher. Runen. Herstellen. Hüpf. Puh. 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 Diese Immun-Scheiß... Viecher, ne? Puh. Puh. Äh, die sind Immun. Den juckt das gar nicht. Hm? Den juckt das gar nicht, ob da irgendwas ist. Feuer? Was ist das? Was ist das? Feuer? Keine Ahnung. War doch noch nie so. War nie anders. Ne. Ob ich den vergessen nicht mehr habe. Ich vergesse halt sehr. Ich stelle dich da hin. Dann tue ich da die Runen rein. So, eigentlich kann ich die auch erstmal in Inventar behalten. Äh. Mache ich mal so. So. Habe ich übrigens da die Uhr. Tick, 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 tick. Tick, tick, tick. Kann ich da oben mit rein tun. Warum ich das so? So. Vorher die Plastik spinne. Die haut halt halt die Tick raus. Und, ja. Wow. Ich weiß gar nicht was schlecht ist, warum ich die Plattform so hoch mache. Wenn wir Autocrafting haben und sowas, ne? Kann man den nicht nach oben machen, sondern man produziert einfach paar Blöcke nach unten und setzt das Ding da rein. Okay. Weil unten ist durch Platz dreier Höhe reicht doch vollkommen. Wenn du sagst, stimmt das trotzdem nicht. Doch, klar. Klaro. Wie man das Fleisch verarscht. Gar nicht geht das. Aber irgendwie mit Scheiße labern. Na gut, die machst du sowieso. Ja, ja. So wie du. Ne. Doch. Ich bin voll der anständige Mensch. Immer dieses rauszureden. Ich bin voll anständig. Jaaaa. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Aber sicher, sicher, Digger, Nigger. Was hast du gesagt? Sicher, sicher, Digger, Nigger. Machst du. Dann geht's klar. Alles klar. Ich find das halt auch geil halt. Mit dem Projekt. Was Devil Tour starten will. An die Leute, die zugucken. Er will ein Projekt für kleinere Leute machen. Die halt auch mehr durchhalten. Ein Projekt. Wenn man was gemacht hat.